so willkommen zurück zu persona 5 royale und ja tatsächlich wollte ich das auch diese woche streamen leider sagt wo davon nein und zwar ja ich habe download aber kein upload ich habe irgendwie so paar kilobytes oder kilobit in dem fall an upload also unter 1 megabit upload und damit kann ich leider nicht streamen aber ich will meinen urlaub trotzdem nutzen und da meistens eh niemand außer logo der das spiel auch kennt zuschaut während ich live bin dachte ich mir kann ich persona fünf mal weitermachen weil ja man will ja man will ja die sachen nutzen kann aber sein deswegen mein upload oder allgemein internet problemen irgendwann so eine kleine wie sind offline meldung oben reinschneid ja das kann natürlich passieren das geht bis back Ich glaube, das ist das, was ich zu sagen. Minimal frustriert es sei Sieht man wieder, Müdigkeit ist wieder Behinderung, wie ich auch in Quatsch schon mal gesagt habe Das merke ich oft genug selber Man ist scheiße müde, kannst du nicht richtig denken und machst Fehler Regnen tut es auch noch, sogar entgehen Also, im Fernsehen wird in letzter Zeit häufig über die Herz-Phantom-Liebe berichtet Warum nur sollte man an Herzen stehen, sie sind nutzlos und sie haben keinen finanziellen Wert An ihrer Stelle würde ich etwas mit einem konkreten Wert stellen, wie zum Beispiel Gold Apropos, es gibt noch andere Metalle, die auf ihre Weise so äußerst kostbar sind Sie heißen Nebenmetalle und finden in Elektronik Verwendung Die meisten von euch tragen, gerade welche weiß ich, in der Tasche oder im Portemonnaie Hast du zugehört, Takamaki-san? Wie lautet ein Nebenmetall, das viele von euch gerade mit sich führen? Ähm, ähm, äh, ja, äh, ich meine Hey Lady Un, steckt in Schwierigkeiten, sei so gut und hilf hier, ja? Sorry, dann kannst du mir helfen Ich habe hier ein Nebenmetall verwendet Ich habe hier ein Nebenmetall verwendet Wir haben alle dabei Was habe ich denn da dabei? Ein Lippenstift, Smartphone, Mascara Sticks zu rennen, irgendwo ist ein Nebenmetall drin, oder? Ja, bestimmt nicht im Lippenstift Wenn du dir Nebenmetall auf den Lippen streust, ne? Das wäre schon ein bisschen kompliziert Mein Smartphone? Ah ja, sie hat ja etwas mit Elektronik gesagt, oder? Jetzt muss die Antwort zwar tot sein Ach was So viel unter Panik, dass er das nicht gemacht hat Ähm, viele Nebenmetalle werden in China gebaut Manche Länder produzieren mehr als andere 90% der in Japan verwendeten Nebenmetalle sind importiert Recyclingmüll kann ebenfalls Nebenmetalle enthalten Anders gesagt, ein Schrottblatt ist viel wertvoller als ein Herz Ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Herz so sinnlos ist, wie sie da sagt Weil, äh, oft wird ja auch nicht nach Inhalten, sondern nach Sympathien gewählt Und da ist das natürlich das Herz sehr wichtig Nämlich nicht mehr Aber da sind wir mit den organisations Und da sind die letzten susten I finde ich die ganze Zeit Und das ist das moment Nichts nicht mehr Ich habe es gemacht nicht, was wir ändern Ich muss mich nur mit dem Spiegel Allein Wir suchen, wenn ich mich geredet Ich habe es nur mit dem KANE Das heißt, dass ich nicht nur die Arbeit, dass ich diese Arbeit nicht verwendet habe. Die Arbeit nicht verwendet? Du bist nicht verwendet, dass ich nur mein Leben verwendet habe. Das ist das, was ich. Wenn ich mich nicht verwendet habe, dann kann ich mich nicht verwendet. Oder kann ich mich nicht verwendet? Geht's das? Vielleicht geht's das Begräu eine... Sie können sich mit der Kannester beobachten. Ich bin mindestens die Arbeit der Kannester. Wenn ich ein Buch habe, dann weiß ich, ob die Kannester stattfindet. Oh, ich bin es richtig. Ich bin es richtig, Leute, es ist richtig. Mein Freund wird nicht schütztes in meinem Roman. Ich bin, wie ein irgerisch gewartet. Sorry, sie will nicht mehr nutzlos sein. Was ist das? Es ist ein Mensch, das ist ein Mensch. Es ist ein Mensch. Das ist egal, ich habe nicht gesehen. Ich bin Nijijimama. Ich habe das Video gemacht. Was ist das? noch ein grund warum ich gerne weitermachen möchte ist kann man natürlich noch nicht so richtig spielen weil die von china aber ich würde gerne schon zumindest ein bisschen weiter sein wenn das irgendwann nach westen kommen sollte dieses jahr oder übernächstes jahr oder so die kreis die taxe number bachina datenic rock jate nice ja gut skizzieren hat er jetzt nicht genutzt wird nur man scherde ich denke war er das dass er schnell die Nummern erkannt hat, äh, war gut. Oh, er merkt es nicht so einfach, in ein japanisches Taxi anzusteigen, weil sie ja so eine automatische Sicherung für die Passagierplätze haben. Und, wer ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? NICHI! Was hast du gemacht? Ah, so ist das. Was ist das? Backe! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, was ist das? Achtung! Guck! 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 Backe! 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 Der Schiff, sieht man? Ich habe mich über 300 Millionen Euro geholfen, weil ich mich über 300 Millionen Euro geholfen habe. Ich habe mich über 100 Millionen Euro geholfen, aber ich bin perfekt. Dann, bitte. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Was ist das? Ich habe alle die Hälfte, die Hälfte zu tun. Na Das ist immer wieder schlimm zu sehen, dass wir so etwas einfaches, so eine Situation vielmehr in der Storyline haben. Viele davon stammen von wahren Begebenheiten und natürlich sowas wie das hier. Das kennt man halt auch, dass Leute so eine Situation ausnutzen von Minderjährigen. Dass es noch ein bisschen mehr ist, aber ja, darauf läufst du halt hinaus irgendwo. Aber es ist ein bisschen komplizierter. Ja, das ist ein bisschen. Das ist alles. Ich bin so dumm. 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 Aber ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Untert eine Minute. Aber ich hätte keinen Sinn. Ich bin nur eine Person. Ich habe diese Idee. Ich habe ihn überlegte. Ich werde dich mit einem Mutanten machen lassen. Ich bin ein bisschen mehr als ich. Ich habe mich seit 3 Jahren verletzt, weil ich mich nicht mehr als Vater verletzt. Ich bin jetzt mit meiner Mutter und ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind, also habe ich nicht mehr Geld. Das ist so, dass ich mich nicht mehr so verletze. Ich will mich für jemanden auf die Arbeit. Aber ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass es ein Kind ist, weil es ein Kind ist, nicht wahr? Das ist wahr. Ich glaube, dass es wirklich ein Schicksal zu tun ist. Was? Ich weiß nicht, dass ich das Kamosida nicht verstehe. Ich glaube, dass es sich im Universum geblieben. Ich hatte es nicht auf den Augen und fühlte mich an. Es ist nicht so, dass ich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass ich etwas von dir gemacht habe. Ich habe es nicht so, wie ich es um Mensch, und es ist ein Mensch, zu sagen. Das ist so, was ich... Die wirkliche Verlust ist, weil ich nicht nur sagen kann. Was? Ich habe auch nicht gemacht, dass ich auch nicht gemacht habe. Ich habe auch gesagt, dass du vorhin warst. Ich habe auch nicht mehr von jemandem gesehen. Das ist doch, dass ich nicht schlecht bin, was ich. Ich bin von Schiho und mir. Tokomaki... Das war's. Du hast auch keinen Ort, was du? Ich? Ich habe keine Ahnung. So, wie geht's das jetzt? Der Geld ist, dass ich etwas machen kann. Ich werde das Geld machen. Das ist nicht möglich. Ich habe mich nicht verletzt. Das war's noch nicht. Wenn man es nur einen, wenn man es sich nicht mehr so fühlt, dann geht es dir. Das war's für mich. ...Ryu-J... Geld? Ach, das ist ... Geld! Er könnte sein, aber es ist kein Geld. Sie hört halt nur die ganze Zeit, dass die Katze rumjaulen ist und die Leute darauf wieder widern. Ja, wo ist es? Ja, woher? Fgeschäft Was ist das? Was ist das? Das ist das Foxx. Du kannst dich ruhig sein. Du kannst dich an den Schadowern bemerken, oder? Das ist ein Backe-Neko! Das ist ein Backe-Neko! Das ist Morgana. Das ist ein Backe-Neko. Wenn du hierher kommen kannst, dann wird das so sein. Das ist das? Das ist ein Takamaki? Das ist das? Das ist das? Was ist das? Das ist das... Das wäre das der Welt der Kone. Was ist das? Das ist das die Liebe von Kone. Das ist das die Säte herauszunehmen. Das ist mal einen Moment. Das ist eine Moment? Das ist richtig? Ist das das? Was ist das, was es? Entschuldigung, aber es ist tatsächlich so, dass ich mich nicht verstanden habe. Ich weiß, dass ich mich nicht verstanden habe. Ich weiß, dass ich mich nicht verstanden habe. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verstanden habe. Ich weiß, dass ich mich nicht verstanden habe. Also, was ich? Das ist das, was ich zuerst? Es ist etwas... Also, in der Welt bin ich, dass ich ein ATM-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M? Das stimmt. Obwohl, wenn du ein Geld hast, dann kannst du den Kane-Shir auswählen. Das ist gut. Du bist gut. Wenn du Kane-Shir auswählen kannst, dann kannst du dich aufwählen. Wir werden die Frieden nicht verletzten. Wenn du das, wenn du mit einem Schweren oder einem Schweren kannst, dann kannst du dich aufwählen. Man könnte es mit einem Schweren als kein Künstler. Ich will auch sagen sie gleich. Bei ihm? Ja, das ist nichts. Ich würde meinen Schweren gehen, oder? Dann gehen wir. Wenn ich das Schweren des Schweres geworden bin, der Garten ist nur eine Art. und da ist mein internet wieder weg ich bin froh wenn das mal was wird mit der anderen ich glaube so Ich habe keine Angst. Ich habe nur einen Weg zu gehen. Ich habe nur einen Weg zu gehen. Ich bin ein Fahrer, aber ich bin nicht sicher. Ich werde mich dafür beitragen. Na, gehen wir rein. Es wird nicht mehr, lass uns reingehen, okay. Wie hast du einen Hinweis finden, oder was? Was hast du denn dazu zu sagen? Ich bin bereit, wenn immer du mich paust, okay? Ich zähle auf dich. Also wenn ich dich dann brauche. Entschuldigung. Ach so, wir müssen erst versuchen reinzugehen. Ah ja, das ist ja jetzt. Wir sind ja Kunden. Habe ich ja vergessen, dass es ja erst noch mal reingeht. Ne, ich weiß schon warum ich offline gerade aufnehme. Ich habe gerade komplett für 10 Sekunden kein Internet mehr gehabt. Ich habe gerade einen, der Stream, wenn ich einen angehabt hätte, wäre jetzt weg gewesen und die Hälfte der Dialoge in der Camps Scenes wäre auch weg gewesen. Soviel dazu. Ich hatte mich erst überlegt, ob ich da trotzdem anmache und wird es verpixelt, scheißegal. Aber so wie das jetzt ist, dass halt einfach komplett ausgeht, dass sowas geht nicht. Das geht gar nicht. Warte mal. Der Empfang ist hinten rechts. Fehlt direkt, irgendwo anders hinzugehen. Naja. So mehr Hand halten, ging hier nicht, ne? So, bin da. Wie heißt es doch mal diese Meme-Fassung? In meinem Programm... Äh, äh ... Gyodon mit Käse? Shudon? Shudon glaube ich. 300 Menschen, das ist ähnlich, hartes. Ich möchte mich behandeln. Kannst du dir das? Ich bin ein langes Mal. Ich kann nicht. Wir betrachten einen Tag, die Lüten 1-Nafel, nicht nur 1-Nafel sind. achiever! Chigyu. Chigyu war, äh, Gyodon mit Käse. Chidu. da gibt es irgendwie so ein Meme-Lied oder irgendwas in Japan, weil es das wohl irgendein Gericht ist, was bei so einer bestimmten Giyodon-Kette erhältlich ist. Ich frage mich, ob ich einfach so testweise im Discord online sein kann. Soll ich denen einfach die Bildquelle nehmen? Jo, das sieht gut aus. So, jetzt bin ich hier wieder auf dem Discord. Live. Dann muss ich natürlich zur Sicherheit den Bäusenschäden auf Stumm schalten für diese Server. So, da können wir mal wegmachen. Wiederschauen. So, dann probieren wir einfach mal hier. Alles kein Problem. Oh nein, jetzt müssen wir fliehen. Ja, ich weiß. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Not los geht's. Oh nein. Sollte das hier. Oh nein. Sollte das hier. Was ist das? Wenn du so, dann kannst du es kaufen. Ah, so schön, Frau. Wenn du meine Freundin nicht so wirst, dann kannst du es auswählen. Das ist nicht so wichtig, Frau. Na dann, du kommst dich von morgen. Wenn du so wirst, dann kannst du nicht sagen. Ich bin... Ich bin... Wenn du, dann kannst du ein 300,000 Euro verdienen. Als ich dann, du bist dein Leben und was auch immer sehr gut geworden ist, aber... Ich habe mich von vor kurzem geblieben. Das ist ein Vergnügen! Oh nein, das ist ja die Klingel! Huh? Habt ihr die Ratsache genug für die Ratsache? Ich bin gut. Komm! Dann kommen wir schnell und zurück zu dem Plan. Ich bin ein Hörger, ich bin ein Hörger. Das war's für heute, was ich gesehen habe. Ich werde mich nicht verletzen. 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 Was ist das? Ach, ich werde mich nicht verletzen. Das ist ein Bicke. Ich werde mich verletzen. Ich werde mich nicht verletzen. Los geht's! Super! Was ist das? Das ist das erste Mal. Der Mann ist der Fall! Ich werde es nicht mehr aufhören. Ich werde es nicht mehr aufhören. Ich werde es nicht mehr aufhören. Alles stimmt nicht, Johanna? Es ist immer erstaunlich, dass wir den Namen der Persona schon kennen. Es ist immer so aus. Du bist immer derartig, weil du dich an und dich anstecken. Du bist eigentlich nicht mehr aufhören! Du bist schon da, Johanna! Ich würde es nicht mehr aufhören. Ich werde den Mann aufhören. Du bist ja auch aufhören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 kann er zu kohle das ist ja 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 Wenn meine Persona doch nur so cool wäre. Nein, das ist auf dem Schiff. Ist das nicht cool genug? Willst du mich veräppeln? Motorräder sind viel cooler als Schiffe. Das wäre dann wie in diesem Lied. I'm a phantom on a steel horse I ride. Das war es nicht. Und nur damit du es weißt. Auf mich ist bestimmt kein Kopfgeld ausgesetzt. Ehrlich gesagt bin ich jetzt einfach überrascht, dass du weißt, wie man ein Motorrad fährt, Nijima-Senpai. Hast du einen Führerschein? Normal, naja. Sauber, ich kann kaum erwarten sitzen, einen in die Finger zu kriegen. Könnte ich für einen Moment das Thema wechseln? Was ist los? Tut mir leid, Leute. Ich weiß, dass ich wirklich nicht in die Position bin, was zu sagen, aber ich muss mich entschuldigen. Es waren meine Taten, die euch alle in dieses Chaos verwickelt haben. Obendrein habe ich eure wahren Absichten völlig falsch verstanden. Hätte ich doch nur bemerkt, was mit Suzu-Sang passiert ist. Komm schon, darüber müssen wir jetzt nicht reden. Sieht aus, als würde jedem von uns noch etwas auf dem Herzen liegen. Aber jetzt nicht die richtige Zeitguck, um diesen Scheiß zu diskutieren. Sollten wir nicht lieber was gegen Kallenshiro unternehmen? Er hat recht. Na, schön verstanden. Jedenfalls werde ich mein Bestes geben, um euch kein Klotz am Bein zu sein. Also, ich bin nur noch vor dem Herzen liegen, um zu verletzen. Aber das ist wie das Rüu-Jü. Ich werde mit dem Herzen übernommen. Was ist das denn? Hm, hm. Okay, können wir was machen? Ich weiß zwar nicht mehr wie man den guten macht, aber wir können ja auf jeden Fall bis dahin gute Dietrichi gebrauchen. Ich bin ein Mensch, aber ich bin ein Mensch. Und ich bin ein Kind, oder? Was ist das? Nein, mein Mann ist das Kind. Ich bin ein Mensch. Das ist ein Mensch. Nein, dem ich nicht schlecht, aber ich kann auto nicht gerne fahren. Ich denke, mein Mann ist es selbst. Ein bisschen. Was ich? Nein, wie sie gehen? Wobagai Dinge... Was ich plötzlich daran passe? Es ist kein Problem. Ich kann mich nicht mehr vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich es nicht verstehe. Ich muss mich auf Kanejaro beschäftigen. Mäkoto ist ein Clever, und ich kann mich erwarten. Aber du hast es, was du? Ich kann mich auch schäuern, was ich schäuern. Ich bin der Fall, dass ich mich nicht mehr so verletze. Was ist das, was ich? Ich bin der Fall. Ich bin der Fall, Mäkoto. Ich bin der Fall, dass ich mich nicht mehr so verletze. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Entschuldigung... Sorry, dass ich mich anrufen habe. Das ist gut, aber... dass man sich anrufen kann, wenn man sich anrufen kann. Das ist schon ein bisschen nervös. Ich bin auch ein bisschen nervös. Also... Ich bin... Sorry... Was ist das? Ich habe mich wegen der Kamoshida und Sekhara von Kamoshida gemacht. Ich habe mich wegen der Nii-Jima-Semperin gegründet. Ich wollte mich nicht sagen. Ich bin wirklich... ...dokamaki? Ich habe mich gegründet, aber ich habe mich gegründet. Ich habe mich gegründet. Ich habe mich sehr schrecklich gemacht. Ich habe mich nicht gegründet. Ich habe mich wegen der Nii-Jima-Semperin geschickt. Also habe ich mich gegründet. Ich habe mich nicht geringet. Hey, mich auf. Ich bin so ähnlich. Was? Ich habe mich nicht gegründet. Ich habe mich nicht gegründet, aber ich habe mich nicht gegründet. Ich habe die Frage gesagt, wie ich es. Ich habe mich nicht so gut gemacht. Ich habe mich so gesagt, dass ich mich nicht so sagen kann. Ich habe mich nicht so verstanden, dass ich mich nicht so verletzte. Ich habe mich so Angst, dass ich mich nicht so verletzt. Ich habe mich nicht mehr verletzt, dass ich mich nicht so verletzt habe. Sorry. Oh, okay. Dann ... Wasi Ko? Wasi Ko? Ja, das stimmt. Ich habe mich auch mit dem Zuzi-San gehalten. Ich habe mich als ein Hügel und ich habe mich gemerkt. Ich habe mich immer von Taka-Maki gesagt. Ich habe mich schon wieder herausgebracht. Ich habe mich sehr nervös. Kann ich mich auch sagen? Dann kann ich auch... ...Makotto... Ich liebe dich. Es ist gut, wie man, äh, wie sie mir erfahren schon vorschlägt, was süßes essen zu gehen und, ähm, ihre Antwort passt halt besser drauf, als was, äh, als Erwiderung mit dem Essen war. Man merkt es vielleicht so, warum ich öfter mal, äh, Mikroaus machen zum Wursten. Mir ist bewusst, dass so etwas schädlich spät kommt, aber wie soll ich dich ansprechen, Nijima-San? Bin der Meinung, dass wir den Älteren mit Respekt bewegnen sollen. Oh ja, sollen wir dich Nijima-San nennen oder lieber Nijima-San-Pai? Müsst nicht so höflich sein. Behandelt mich einfach so wie alle anderen auch. Was für eine Ehre? Sieht das nicht so steif? Ich benenne sie doch einfach nur beim Namen. Echt jetzt, ist was passiert? Das sind geheimnistische Frauen. Mist, hört sich nach Spaß an. Ihr könnt mich alle beim Vornamen nennen, da müsst ihr nicht lange zögern. Entschuldigt, tue ich das. Mörderische Absicht. Genial ausgewichen. Ist er ein Ninja? Ja, I am a Ninja. Egal, weiter geht's. Der Charme hat sich erhöht. Sehr schön. Noch ein langer Weg bis 100%. Wir schnappen uns jetzt einen Verbrecher, gegen den selbst die Polizeimacht läuft. So, wir übernehmen das und dann verschlägt es allen die Sprache. Ja. Mission Start. Wie geht's dir gesundheitlich? Noch ein Test? Jo, gehen wir hin. Als nächstes Mal können wir wieder daten. Sag mir ist erfreut. Sie konnte unnützliche Daten erfassen. Sehr schön. beim nächsten mal können wir wieder daten bisher gibt es kein anzeichen dass kann ich hier seine drogen wahr macht ich glaube wahrscheinlich dass sein geld einfach weiter strömt immerhin sitzt am längeren hebel wenn das bild rauskommt wer weiß was mit rennen passiert schlussweise wird er von der schule geworfen denke ich nein es gibt nur eine ernster alternative er ist auf der bewegung das heißt es tut mir so leid die ganze situation ist meine schuld komm schon hör auf damit du hast doch gerade den meisten herr am hals meine schwester ist staatsanwältin das ist sicher auch für sie ein problem was soll ich da nur tun der schieber zieht den aspekt sicher auch in erwägung wir müssen aufhalten klar selbst die polizei hat die probleme mit dem bastard wenn wir ihn anfangen sind wir helden hohes risiko pro ertrag ihr seid also positiv der fahrlässigkeit ist der einzige grund warum wir jetzt den sinneswandel angehen können absolut wir stecken tief in der scheiße also werden wir tun was wir können um rauszukommen sagt weil er habe ich das noch gar nicht betrachtet selbst davon rioch ist etwas positives zu hören halt die klappe als klar schafft du kannst entscheiden wann wir uns treffen genau wie sie es bei dir aus sie machen kann sie noch nicht vertiefen trotzdem ist zur sicherheit die wunderschöne war sagen dann die soll ziemlich gut sein viele leute sagen ihre prophezeiung gern wahr geworden angeblich kann sie einem möglich das schicksal vorhersagen ob sie wohl meine seelen verwandten kennt glaube ich gehe mal zu ihr ein wahr sagen sind in shinjuku ja die haben wir gesehen also als wir die journalisten getroffen haben oder schätze ich beliebt zu sein wir gesagt sie ist nachts da sollten wir also mal zu ihr gehen ich weiß gar nicht mehr was sie genau gemacht hat zwar dass er auch irgendwas mit ich habe meine Oh, das ist ja... Ich glaube, es ist ein gefährliches Wettbewerb. Ich denke, es sollte schnell gehen. Kannst du auch mal in Paris gehen? Ja, ich werde auch in der Frühstück sein. Ich bin alle zusammen. Na Koto, alles klar. Hat Kaneshiro dich bedroht oder so? Verlangt geht, aber ich ignoriere seine Nachrichten einfach. Geht das in Ordnung? Schleichen irgendwie komische Leute vor deinem Haus rum? Nee. Kaneshiro hat immer noch die Fotos schon vergessen. Vielleicht fühlt er sich deshalb sicher und handelt nicht. Also glaubst du, wir sind fürs Erste sicher? Jo. Da liegst du falsch. Wie Yuz gesagt, diese Bilder sind schlechte Neuigkeiten. Wir müssen Kaneshiro's Herz so schnell wie möglich umholen. Stimmt, wir tun, was ich kann, um zu helfen. Ach ja, wir wollten uns ja ein paar Checklefs, dann auf dem Weg. Was denn? Cool idea. Cool idea. Hm, ganz bestimmt. Dadurch fängst du zu schwärmen an. Ich glaube, das ist ein neues Silpho-Loyal. Ja, ich bin immer gleich im Mano. Aber was ist das denn? Das ist doch nicht so, dass es nicht mehr ist. Es ist doch nicht das so, dass es nicht mehr ist. Es ist aber nur ein Teil des Lebens. Es ist doch nichts, es ist ja nicht mehr. Die Stern, die Josse uns gegeben hat, hat es angefangen zu leuchten. Hat das Ding vielleicht auf etwas reagiert? Ja. Ich kenne mich nicht genau, was ich für eure Unternehmer ist. Das ist das, wenn ich mir das, meine Frau und ich... Es gibt ja keine Zeit für Hübsche. Ja, das verstehe ich. Daher gibt es ein F�schen. Für die Unternehmerin um die Veränderung, dass du diese Unternehmerin gesagt hast, hast du diesen Grundsatz gesagt, oder? Ich finde es nur so, dass diese Welt ein Typos der Menschheit an der Menschheit. Der Fall ist ein ganzes Wettbewerb. Und dann werden wir in den ersten Wettbewerb erneut. Ich habe das ein paar Mal gesagt, das ist zu sagen. Aber ich bin mit der Kugel-Kleinigung. Ich bin ein Smartphone, aber... Ich bin mit dem Namen und dem Platz. Ich würde sagen, die zwei Daten, die ich nur sagen kann. Es ist quasi eine App. Aber es gibt es keine Ahnung, was ich? Keine Ahnung. Ich hab noch ein paar Mal gesehen. Das ist nicht so. Es ist ein Navi-Apple, oder? Es ist ein Server durch den Server. Es ist nicht so, dass du jemanden auszudrücken kannst? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist... Ich bin noch ein Nogard. Es ist nicht sicher, oder? Ich hatte auch immer noch einen Smartphone. ein mann mit langer nase ich will die wahrheit sagen es schwer zu erklären dass die app gesandt hat Ich kann auch die Hände unterstützen, dass ich mich so gut fühle. Danke, ich werde es versuchen. Ich werde es nicht mehr überlegen, dass ich nur die Schleunschung des Films schraub. Wenn die Welt so gut fühle, dann wird es auch ein Schleunschung. Wenn es das Schleunschung des Films schraubt? Was? Ich habe es nicht so gut, dass ich es nicht so gut für die Zeit. Ich habe es nicht so gut, dass ich es nicht so gut für die Welt. kann der schierungs gefolgt man sagt dass die frist am 9 juni endet dann würde ich sagen war ich hier kurzen cut macht er gleich weiter dank fürs zusehen bis zum nächsten mal